so wir sind wieder zurück ich habe mir mal was überlegt diese etage würde ich jetzt gerne mal ein bisschen ausbauen um einfach mal ein bisschen rumzuprobieren und zwar sollte einziehen nehmen wir nehmen mal die etage hier oder wir nehmen die komplett die etage die sieht okay aus da machen wir die mal komplett anders so als allererstes brauchen wir dafür die soll auf jeden fall einziehen ok da kommen jetzt aller erstes mal unser malung wir möchten bitte mal wenn es geht eine grüne farbe white brown green lemon wir probieren mal die lemon und wir probieren mal die grüne brauchen wir dafür den pintroller oder den pintrascher gebraucht mit farbe und farbe blöcke gebraucht mit farbe und farbe wände mit verwendung farbe zu entfernen eigentlich das da oder so das ist jetzt einmal dieses lemon und einmal das dunkle grün ich würde eher vorschlagen das hellere oder hat er noch anderes grün jetzt haben wir übrigens bei der falschen mann gemacht dann gebe uns mal noch das hier und nee das ist gelb dann haben wir auch dieses thiel das können wir mal noch ausprobieren nee ich bleib bei diesen hellgrün das hier müssen wir machen ich glaube das war das lemon nochmal probieren okay dann einmal ganz viel lemon farbe sollte reichen und wir wollten die etage oder die manchmal die hier so da fangen wir mal hier an so das ist jetzt nicht direkt eine baufolge das ist einfach mal noch so was mal zum probieren was müssen wir dann eigentlich so dementsprechend bisher hoch machen auch wenn man das hier dann oben nicht sieht so wie viel haben wir noch aber wir haben noch genug so und einmal hier dann nicht mehr aber hier noch so und hier wenn es geht so okay haben wir ein grünes zimmer wird der rosa nen tussi da wahrscheinlich nicht gefallen so naja aschenbecher aber das ist uns pups weil die sollte einig einziehen okay dann gehen wir mal hier runter und nehmen uns mal das gleich mal mit hoch und tun die mal hier hinstellen und dann wieder runter und dann gucken wir mal was wir alles aus kakteen machen können äh genau 99 ich glaube 99 sollten erstmal reichen so gaut so gaut sagen wir mal was wir alles mit diesen kakteen machen können dann entscheiden wir was wir alles machen ach wir können auch noch direkt eine kaktuswahl machen ne ich denke mal holzwand ist schon okay es kriegt auf jeden fall eine kaktustür stühle und kaktus da brauchen wir Bücher dann ein kaktusbett ähm ein badraum Lampen kriegt es ok brauchen wir also Lampen haben wir und ähm Bettwäsche zumindest Stoff haben wir hier kriegen wir zur Not aus Seite her aber guck mal ob es reicht oder machen wir eine kaktuswand hier hin hm na gut das Holz kann ja nicht so bleiben schwierig was ist wenn ich das mal jetzt hier aufmache und da mal dementsprechend ok das geht ja schon mal hm ich weiß nicht da müssten wir eigentlich alles aus Holz machen ne das lassen wir mal machen wir mal wieder zu aber der Holztür kriegt er ja guck dir das nicht so an du musst da hier drinnen nicht wohnen ok dann bauen wir erstmal können wir einen Kronleuchter ne nur Lampen dann bauen wir erstmal 1,2 Kaktus Laternen dann das weiß ich nicht was es ist aber wir nehmen Kaktus Kerze ne wir möchten schon solche Leuchtdinger haben da machen wir nämlich eine mal hier hin und eine ja ich weiß du hast jetzt keine Lust mehr du möchtest hier ausziehen ist mir egal wo du hin ziehst kannst grad momentan ich nicht weg so das kommt weg dafür machen wir mal da und da einer hin ne das haut nicht ganz hin so von der Helligkeit her geht es eigentlich in den Raum ähm dann was ist das hier oh das gefällt mir sogar eigentlich besser als die Dinger hier so so ist das jetzt genau am Ende ja kannst du mal bitte weg gehen geh bitte weg dann dann ach komm du gehst mal auf den Keks dann möchte ich gerne bitte einmal ein Bett haben ein die Workbench haben wir schon ein Stuhl ähm eine Tür auf jeden Fall kann man gar keinen Kaktustisch bauen müssen wir uns gleich nochmal angucken ob man den vielleicht irgendwie bauen kann so erstmal das hier hin so warum können wir daraus keinen Tisch bauen braucht es da vielleicht noch irgendwas anderes ähm da 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 Kaktus gut wir haben das Kaktusbad rum dann brauchen wir noch Bücher dann brauchen wir noch ein bisschen Seite warum gibt es nur direkt eine Kaktus Workbench warum kann man keinen Kaktustisch machen das ist ein bisserl ärgerlich ob eine Kaktus Workbench reicht um jemand einziehen zu lassen weiß ich grad gar nicht so einmal das hier und dann die Bücher waren glaube hier oder haben wir schon mal ein Kaktus ne wir haben kein Kaktusbett so was haben wir denn hier noch was wir den da rein stellen können Blue ne Blue kriegt sie nichts grüne Sachen haben wir momentan auch nicht sie könnte noch direkt einen Holzstuhl und hm ich glaube das wird mein Haus wir machen direkt mal noch ein Holzdings wie man hier sieht dann wird das mein Haus gut dann kann ich ja auch entscheiden was für einen Tisch ich rein machen und was für Bilder ähm das kommt noch mit rein und das fand ich sehr schön so so einmal wieder nach oben hier gehts grad ab ok dann bitte einmal ähm so kann hier eins hin cool so haben wir eins zu viel gebaut dann einmal na runter an den Webstuhl drüber hatten wir unseren Webstuhl gehabt Webstuhl ach da oh oh was haben wir den jetzt gemacht ich weiß es grad gar nicht aus Stoff oder was na da können wir jetzt noch mehr machen cool cool dann machen wir mal noch zwei davon so das können wir mal noch hier mit hinhängen so so achso ne die brauchen wir ja noch die Workbench aber die können wir mal hier mit hinstellen so so dann bitte einmal noch ein Bett das kommt genau hier in die Mitte rein können wir das nicht so direkt in die Mitte stellen ne es muss immer so ein bisschen über dann kommt das Bett mal hier so hin ne wir machen es anders das Bett kommt mal genau da hin dann kommt hier mal unten das Badezimmer das geht ja einigermaßen ähm dann wollten wir einen Tisch ich glaube eine Workbench alleine reicht nicht gut dann nehmen wir mal hier so einen Holztisch den wir mal hier so hinstellen mit einem Stuhl und einmal oh hier das Bild hingehangen und dann hier unser schönes Bild über den Tisch schade gut dann hängen wir es hier hin wie groß ist denn das Bild dass man das hier nicht hinhängen kann hallo der will das hier ernsthaft nicht aufhängen schade na gut dann hängen wir das hier so über den Tisch nein so okay und dann einmal noch das Badezimmer ist jetzt nicht so spannend aber ich wollte es einfach mal ausprobieren von daher es sieht eigentlich okay aus wenn man so mal so ein Zimmer einrichtet dann können wir hier zum Beispiel noch speziell mal die Workbench hinbauen so dann haben wir hier ein komplett gefülltes Zimmer ähm die Tussi wo ist denn die jetzt eingezogen ich weiß grad gar nicht wo die Tussi eingezogen ist vielleicht ist die drüben irgendwo eingezogen soll uns recht sein so da haben wir jetzt mal hier so einen Test gemacht mit so einem Zimmer jetzt können wir mal übrigens diese restlichen Sachen was wir hier so haben können wir verkaufen so so ähm so und das war's gut würde ich sagen räumen wir wieder ein und dann ist schon wieder Aufnahmestopp ich wollte das einfach mal testen da haben wir jetzt wir können wir alles einfach mal ausräumen schnell stapeln ähm Steinblöcke kannst du auch mal raus tun dann einmal Seite mit ähm Stoff dann haben wir das kann hier oben ne das tun wir mal hier so unten hin ähm Holz Schlickblöcke die tun wir gleich benutzen davon können wir mal welche unten wo an sich die Fackeln sind da so so der Hammer kommt hier mal so unten genauso wie das Booknetz die Sachen hatten wir schon alle mal gekauft könnten wir eigentlich da ja verkaufen so 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 und so und einmal noch die Pflanzen rein ok guten Tag der Herr sie kriege neue Sachen mal ne andere fragt kann man Sterne verkaufen ich glaube die Tussi ist mit da drüben eingezogen ist uns recht kann man ja ein Silber naja ist jetzt nicht so viel aber ok so dann einmal unsere Slushy Block Maschine mit dem mit dem so 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 haben wir jetzt irgendwas abgebaut ja wir haben irgendwas abgebaut ok da haben wir wieder einige Sachen die wir gleich mal einsortieren können die wir gleich mal einsortieren können jawoll es füllt sich langsam oh da kannst du mal hier noch diesen Stern geben den verkaufen und gleich mal noch hallo so ok dann würde ich sagen viel Spaß ähm Moment 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 so wir haben ihn jetzt hier uuuuh 46 haut gut da haben wir ja viel geschafft in dieser Folge einiges geschafft würde ich sogar sagen und ja da sage ich viel Spaß beim Let's Plays und tschüssi